Wir sind der Theaterworkshop von Pfiffweg 2021. Unser Name ist Vorhang auf und unser Stück heißt Halloween. Die Sackfahrt sind in der Kautomark. Lecker. Löffel. Sollen wir wieder ein Doppelkuchen? Wir können gleich noch ein Doppelkuchen machen. Ja, das ist auch ein Doppelkuchen. Was wünscht ihr euch denn eigentlich zu Weihnachten? Also ich muss meine Fieber. Ich würde gerne eine Fieber. Ich möchte mich hier in der Sackfahrt. Und ich bin mir in der Fieber. Und du? Ich wünsche mir ein Fieber-Mittchen. Sollen wir gleich aufgehen und das Süße oder Glauben fragen? Klar. Klar. Wie sieht so aus? Wie sieht so aus? Wie sieht so aus? Wie sieht so aus? Grüße für die Tausendung. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020